Die Zusammenarbeit hat uns am Ende des Tages eine Vielzahl, bis zu 60 Bewerbungen, Bewerbungseingänge gebracht, in kürzester Zeit tatsächlich. Mein Name ist Julian und ich bin hier bei Petri Feinkost verantwortlich für das Personal, für die Produktion und die Produktentwicklung im Unternehmen. Bevor wir mit Avesa zusammengearbeitet haben, hatten wir ein echtes Problem über die altbekannten Kanäle wie Zeitungen oder die Online-Plattformen Leute zu finden, Leute anzusprechen. Ich bin Corinna Kuck, ich arbeite bei Petrella in der Personalabteilung. Wir arbeiten in der Mitarbeitergewinnung mit Avesa zusammen. Wir haben mit ihnen zusammen Videos erstellt, hauptsächlich für die Ausbildungsberufe, aber jetzt halt auch für die Mitarbeitergewinnung in der Produktion. Und sie unterstützen uns dabei, diese Videos dann auf Instagram viral gehen zu lassen. Ja, das war sehr erfolgreich. Die Zusammenarbeit hat uns am Ende des Tages eine Vielzahl, bis zu 60 Bewerbungen, Bewerbungseingänge gebracht, in kürzester Zeit tatsächlich. Konnten wir aus diesen Bewerbungen auch den ein oder anderen Auszubildenden bzw. Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen. Schönes Kick-off-Meeting gehabt, erstmal in digitaler Form, ist auch völlig ausreichend. Ja, dann haben wir einen Vor-Ort-Termin gemacht, bei dem wir die ersten Schritte beschrieben haben, überlegt haben, wie wir das Ganze aufbauen können, das Setup, wie das Ganze dann ablaufen soll. Haben einen Fahrplan erstellt. Wir haben auch gemerkt, immer wenn dann so ein Drehtag war oder wenn wir zusammengearbeitet haben, kamen irgendwelche unvorhergesehenen und ungeplanten Dinge. Und da sind wir ganz spontan und zuversichtlich einfach drangegangen und haben es immer geschafft, alles so hinzukriegen, wie wir das wollten, auch wenn es anders war, als es geplant war. So ist das, wenn man Filme dreht. Aber das war stets professionell gelöst an der Stelle und wir haben einen super Weg dann gefunden, mit personellen Änderungen super rumzugehen. Ja, am Ende zählt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und muss man ganz klar darüber sprechen. Avesa hat uns da das Gefühl vermittelt, schon von dem ersten Gespräch, von dem Angebot an der richtige Partner zu sein und darum haben wir uns zwischen der Vielzahl, die wir tatsächlich hatten, in der letzten Runde doch am Ende für Avesa entschieden.